In diesem kurzen Video möchte ich dir unser Single-Seminar vorstellen, das ich zusammen mit Susanne Lüppold halte. Susanne ist eine absolut klasse Frau. Ich habe mich gleich in sie verliebt, als ich das erste Mal gesehen habe. Und wir flirten da live und es macht echt richtig Spaß mit ihr. Es ist auch eine tolle Ergänzung, wenn Mann und Frau so ein Thema gemeinsam machen. Ja, was ist unser Single-Seminar? Es ist kein Aufreiß-Seminar oder ähnliches, sondern es ist eigentlich ein richtig tiefgehendes Seminar, wo es darum geht, seine eigene Liebesfähigkeit zu erforschen, gegebenenfalls auch Wunden aus der Vergangenheit, aus vorausgegangenen Beziehungen wieder zu heilen. Aber natürlich gibt es auch viel Spaß in diesem Seminar, wenn ich allein der Part, wo ich loslege und die zahlreichen Möglichkeiten nenne, anhand von Geschichten, die ich auch wirklich erlebt habe, wie ich Frauen kennengelernt habe, Du wirst viele Übungen haben im Austausch mit anderen Menschen. Du wirst fortgeschrittene NLP-Techniken kennenlernen, die du einsetzen kannst, um das Vertrauen zu stärken, um eine gute Beziehung herzustellen zu anderen Personen, die Sympathie aufzubauen. Wie macht man das dann, entsprechend gute Gefühle beim anderen aufzubauen, zu ankern, später wieder abzurufen, sich über Werte mit dem anderen auszutauschen und vieles, vieles mehr. Einer der Höhepunkte ist sicherlich am Samstagabend unser Speed-Dating. Das ist ein großer Kreis. Außen die Frauen, innen die Männer und dann wird rotiert, fünf Minuten Gesprächszeit. Da kannst du schon ganz viel anwenden von dem, was du im Seminar gelernt hast. Und vor allen Dingen, du lernst jeden der anderen Teilnehmer mal kennen und kannst dann entscheiden, ob du im Laufe des Abends noch oder am nächsten Tag dieses Kennenlernen dann noch weiter vertiefen möchtest. Also es ist wirklich ein tolles Seminar. Wir haben wieder einen sensationellen Preis. Es ist sehr günstig. Es macht viel Spaß. Du wirst viele andere Singles kennenlernen. In der Regel haben wir so um die 50 bis 100 Teilnehmer, je nachdem. Und das finde ich auch sehr gut für dieses Seminar, weil du viel Abwechslung hast in den Übungen. Du kannst immer wieder neue Partner haben und verschiedenste Dinge ausprobieren. Dein Selbstvertrauen wird steigen. Du wirst viel über dich erfahren, kennenlernen. Du wirst viel lachen. Das geht auch tief hinein. Susanne wird wunderschöne Fantasiereisen mit dir machen, die dich beschäftigen werden. Du kriegst großartige Unterlagen. Es ist wirklich ein klasse Seminar, das dich enorm voranbringen wird, gerade in diesem Bereich Liebe, Partnerschaft. Und das ist doch einer der wichtigsten Bereiche unseres Lebens. Also ich würde mich total freuen, dich einmal bei diesem Seminar zu erleben und dieses Seminar gemeinsam mit dir zu verbringen. Meld dich einfach an. Mach mit. Meistens ist irgendwie die Termine irgendwie so im Sommer. Passt auch wunderbar. Und wenn du dann nicht mehr Single bist, auch dann kannst du kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich ein wertvolles Seminar, ob man Single ist oder nicht. Und wenn du Single bist, dann möglicherweise lernst du ja den Partner fürs Leben oder zumindest den Partner für das nächste Jahr oder die nächsten Monate auf diesem Seminar kennen. Meld dich einfach an. Mach mit.